Hallo liebe Internet-Zuschauer zu einer weiteren Folge von 7 Days to Die. Beim letzten Mal haben wir schöne Waffenparts gefunden und wie ihr sehen könnt, die Pistole ist auf einem geilen Stand. Das gleiche gilt für die Hunting Rifle, das gleiche gilt für die Shotgun, repariert sind sie noch nicht, weil die Bauteile frisch drin sind. Eine Ersatzschrotflinte ist gebaut und eine Ersatzhunting Rifle ist auch am Start. Was ist geplant? Wir wollen die Verteidigung heute noch etwas ausbauen, daher werden wir uns die Axt zur Brust nehmen, aber natürlich auch, was wir beim letzten Mal abgelegt haben. Den Stack können wir schon umwandeln, das bisschen Holz nehmen wir noch mit. Wir hatten noch ein paar Steine eingesackt, das brauche ich eigentlich nicht. Gut, dann haben wir theoretisch alles dabei. Warum habe ich das Holz dabei? Ganz einfach, wir brauchen Spikes für die Verteidigung. Und uns fehlt Holz für dieses Vorhaben. Das Eisen ist durch, das ist durch, wir haben Zement gebaut, wir haben jetzt nichts... Ihr seht, die Schublade ist schon ein bisschen leerer geworden. 44er Grip Frame, die Trommel, das ist Hunting Rifle. Ach, wir haben noch eine Pistole, sehe ich gerade. Oder? Nein, nein, völlig falsch. Das ist unsere Ersatzpistole, den muss man mal da hinpacken. So. Hier brennt der Sprit, der Biodiesel. Wir haben ein paar Federn am Start, das ist das, das brauchen wir erstmal gar nichts von. Und das sieht auch alles noch sehr gut aus. Da ist noch nichts drin, das sind die Gläser, die können da erst nochmal bleiben. Munition. Wir haben ein bisschen Pulver, wir haben Patronen, aber wir haben keine Projektile. Dafür bräuchten wir Blei und das haben wir hier nur ein ganz klein bisschen, weil wir das noch nicht abgebaut haben. Aber das kommt noch. So. Erstmal kümmern wir uns ums Holz. Die Spikes sind fertig. Nicht vergessen, nicht wie beim letzten Mal, da werden wir ja beinahe abgestürzt. So. Da sind Bäumchen. Was macht unser Garten? Das Zeug wächst. Gut. Das ist gut. Rein spaßhalber würde mich doch mal interessieren, ob der jetzt tatsächlich unseren Meister verhunzt hat oder ob wir da zwei junge Pflänzchen sozusagen ausmachen können. Das werden wir gleich mal schauen. Ich werde verrückt. Die waren nicht zu sehen gewesen. Ich habe echt gedacht, der hat uns beschissen. Okay. Umsonst aufgeregt. Na gut. Nehmen wir alles zurück. War in Ordnung. Gut. Also, es war dann doch so. Ach herrje. Hier ist ja wieder Population. Jetzt können wir uns euch auch annehmen. So. Ich will einfach nur noch die restlichen Pfeile hier verschießen. Dann nehmen wir die Armpost. Wir können leider Gottes die Pfeile nicht umwandeln oder zurückbauen. Das ist ein bisschen schade. Ja, der war schlecht getroffen. Das gebe ich zu. Der ist besser. Ich höre dich rechts. Ja, ja, ich höre dich. Oh, der ist aber auch. Ja, legt schon Zahn zu hier. Oh, oh, oh. Vorbei. Blei, da bin ich jetzt echt dankbar für. Weil eigentlich würde ich dann schon gern auch ein paar Patronen machen. Ich arbeite zu gern mit der Pistole. Und das sollten wir dann auch tun. Ihr habt es ja in der Stadt gesehen. Das war dann schon eine adäquate Lösung gewesen. Bei so vielen und auf diese kurze Zeit wir haben uns ja ein klein bisschen eilig. Da war das ganz okay gewesen, mal die Wum rauszunehmen und dann einfach auch mal die Sache zu klären. Oh. Ach, empty. War ich schon dran gewesen. Ah, da oben kommt Tinkerbein. Gut, machen wir erst mal hier. Fetti, komm. Ah, noch ein bisschen höher zählen. Ja. So. Das sammeln wir natürlich auch nebenbei noch ein bisschen ein. ein unberührtes Vogelnest. Ein unberührtes Vogelnest. Natürlich ist nichts drin. Nur nicht verwöhnen lassen. Irgendwo höre ich hier. Da ist sie. Da taucht sie aus dem Nix auf. Ja, so ein bisschen Schlangenlinie laufen hilft nicht immer. Der 15. Level. Wunderbar. Ach, wunderbar. Wunderbar. Der Level war jetzt gar nicht so das mega wichtige. Eher dieses schimmlische Brot. Wo bist du? Ich seh dich gar nicht. Aha. Ah, da ist er. Da ist auch ein Hingebein. Da ist diese Axt ist so dermaßen unbezahlbar. Das ist schon die wahre Pracht. Das muss man ja mal ganz wertfrei anerkennen. Ah, wir haben es aus dem Wasser geschafft. Dass er den Bogen mir so ein bisschen dazwischen haut. Von der Optik her. Oh, 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 oh. Na komm. Ach, Schimmelbrot da. Das kürzt du gerade wieder. Also selbst dran nagen. Weg. Das war ein Stick. Den wollte ich nicht. Ja, müssen wir Bäumchen wegmachen hier. Oh, so ein bisschen Alltagskrempel. Ein Büchlein. Das ist erbaulich. Wie viel haben wir? Wir haben wieder ein Stack. Wir können ruhig ein paar mehr Spitzen machen. Diese Wutenspikes, die ich jetzt herstelle, aus denen kann man wieder Bretter machen. Da ist nichts verloren. Also das ist jetzt kein Beinbruch. Ich kann diese Spikes ganz einfach wieder zu Bretter umwandeln und alles ist wieder gut. Das heißt, wenn ich genügend Spikes habe und ich brauche Bretter, kein Problem. Oh. Die habe ich nicht gesehen. Wenn es recht ist. Ach, vorbei. Auch vorbei. Gut. Ein Brettchen. Eine Feder. Gut, 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 gut. Wir sind jetzt zum Glück nicht mehr so auf Federn angewiesen. Wir haben genug. Selbstverständlich sammle ich auf, wenn mir nochmal eins ins Auge sticht lässt. Aber wir sind jetzt nicht zwingend auf der Suche danach, das, äh, das nicht mehr. Das wird sich sozusagen jetzt, äh, Step by Step ergeben. Ja. Das ist jetzt im Moment nicht unsere Problematik. Natürlich steigt durch das Baum Fällen, vor allen Dingen auch in dieser Geschwindigkeit, ähm, dann auch, äh, selbstverständlich die Heatmap. Die geht hoch. Das ist kein, das ist keine Frage. Aber wenn ein Spider kommt, werden wir uns ihn schnappen. Was ist da los? Nicht auf meinem Beet, du Sackgesicht. Volltreffer. Mhm. Ja, zu dir komme ich gleich. Der genaue Punkt, wo man zu looten muss, ist noch gar nicht so gut ersichtlich. Finde ich. Ja. So, wir haben zwei 64 Stacks. Das ist nicht verkehrt. Dann werden wir jetzt, ich hab die Schaufel gar nicht mitgenommen. Gut. Aber wir können schon mal diese Arbeit machen. Die muss früher oder später sowieso gemacht werden. Also, man sieht ja auch, das ist so schnell, wie man hier Holz fällen kann mit dieser Axt. Das ist Wahnsinn. Ja. Da ist kein Wald vor einem sicher. Das ist, eigentlich brauchen wir mit so einer Axt keine Kettensäge mehr. Jetzt mal ganz ehrlich. Ja. Pfff. Die fehlt mir nicht. Brauch ich nicht. Ja. Hab hier alles, was notwendig ist. So. Wir geben ein bisschen Beute ab. Das kann weg. Das Blei ist gut. Sammeln wir. Sammeln wir auch. Das werden wir jetzt umarbeiten. Die Tokens und das Ganze, das werden wir mal in Reihenkultur so lassen. Federn. 28 Federn. Das ist doch mal was. Achso, ich hab ja, ich hab ja da noch Parts. Das ist ja, ich wollte eigentlich auch mal so ein bisschen für Waffen zu reparieren. Ein Weapon Repair Kit gerade mal so eben bauen. Damit mir der Eindruck entsteht, wir haben hier ein bisschen Leerlauf. so, das dahin. Dann unser Mais, unser verloren geglaubter Mais. 64er Stack, das passt ja mal. Papier, Patronen, Antibiotika und gleich das Nächste. Es gibt keinen Grund, das schimmelige Brot, das man umwandeln kann, nicht zu nutzen. noch ein. So, Antibiotika wieder zurück. Die Schrotfinde hätte ich gerne auch repariert und wenn noch Zeit ist, die Hunting Rival. So, erst mal die Pistole. Die Reparatur kostet jetzt natürlich wesentlich mehr von den Repair Kits. Das ist klar. Ging da doch, das ging. Das ging eins zu eins auch. Okay, das soll erst mal genügen. Die Hunting Rifle kann man immer noch schnell noch ein bisschen die Axt wieder reparieren. Was ist das eigentlich für ein Buch? Amination, ach komm, das habe ich doch. So, was wollten wir haben? Wir wollten die Schaufel, ganz klarer Fall. Ein bisschen Scrap Metal können wir auch schon gebrauchen. Ah ja, das Papier wollte ich ja abgeben. So, der Painkiller, ach so, den musste ich... Nein, das war nicht der Painkiller, das ist er. Ähm, ja, gesundheitsmäßig sieht es nicht mehr so toll aus und eigentlich können wir auch was essen und trinken. Ich sehe gerade, wir haben noch ein bisschen Fett eingelagert, das bringen wir mal weg. Nein, jetzt trinken wir was. Dieses leere Glas geben wir gleich mal ab. So, dann, äh, legen wir los und ziehen im hinteren Bereich Es wird schon dunkel. Doch, schon mal. Geht, geht. Gut. Mhm. Mhm. Da machen wir das gleiche. Ja, rein zu viel. Ich nehme die Erde diesmal mit. Aua. Ach, komm. Aus der Puste sein gilt nicht. Ich sehe es schon kommen. Ich glaube, ich habe den Hammer vergessen. Ei, ei, ei. Natürlich haben wir ihn vergessen. Was man nicht im Kopf hat, hat man in den Beinen. Flitz, flitz, flitz. Äh, da ist er. Menschenskinder. So. So. Gleich reparieren und die Spikes ansetzen. Ach, ich sehe es schon kommen. Es geht schon wieder in die Nachtarbeit rein. Oh. Holla. Also bei so Aktionen, da muss man aufpassen. Da kann man sich richtig böse wehtun. Wieso wird das rot? Das gefällt mir nicht. Gleich verarbeiten. hoffen, dass der Lärm nicht zu viele anlockt. Dass die Spikes so rot dargestellt werden, das passt mir überhaupt nicht. Das beunruhigt mich sehr. Nichts, was ich gut leiden kann. Ich mache die besser mal nur dreierweise. Falls wir dann doch angefallen werden. Jawohl. Dann haben wir es. So, das ist schon mal nicht schlecht. Ja. Oh. Das können wir mitnehmen. Das ist gewachsen. Das ist hervorragend. Können wir auch tun. Na? Irgendwas habe ich gehört. Das Haus ist hell erleuchtet. Der Mais ist natürlich nicht gut, aber der Kaffee. Kaffee ist gut geworden. Und die Kartoffeln sind auch schon fertig. Klare Fall. Eine neue Aussaat. Wir sind jetzt eh gerade da. Machen wir auch. Na. Ja, das ist doch schon etwas besser geworden. Kartoffeln würde ich auch gern zehn Stück aussäen. da können wir schon das erste große leckere Essen machen. Fantastisch. Ja, schön. Wunderbärchen. Ein Zimmer ein vergessen, oder nicht? Keine Ahnung. Doch. ist schon Kaffee. Eigentlich brauche ich mir noch eine dritte Reihe. Nun gut. Ähm. Genau. Wieder mal festgeschwafelt. Da stecken sogar noch. Oh, ich sehe schon. Ist doch nicht zu glauben. Die Zeit fliegt. Na komm, die Reihe machen wir noch. Die heben wir zumindest mal aus. Ja. 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 Dann können wir morgen den Rest machen. Weil so ein zweiter Verteidigungsring ist sozusagen ja, ja, ja. Anstrengend. Das Pflichtprogramm, was wir hier haben. Ja. Wunderbar. Wir werden zum Glück nicht so arg behelligt in der Nacht. Ne, hier ist es nicht rot. Seht ihr das? Hier sind die Spikes nicht knallrot. Na? Ich höre trotzdem irgendwie Zombies. ist eine Rade auf dem Weg? Ne. Es ist still. Fast zu still. Ich glaube, wir beeilen uns besser. nicht, nicht, dass wir hier plötzlich überrannt werden. Das wäre... Was ist denn da ständig? Merkwürdig. Oder? Haben wir kein Eisen mehr? Ah, das Eisen fehlt uns. Alles klar. ist dann etwas, was wir morgen auch besorgen werden. Weitere Scrap Metal. Achso, ja, geht hier nicht weiter. Wir können nur noch eine Stufe aufwerten. Gut. Dann gehen wir mal zurück in unsere sichere Behausung. und ihr Lieben. Damit ist eine Folge auch schon wieder rum. Irgendwie die Zeit fliegt. Die Zeit fliegt total. Gut. Wir sehen uns sozusagen in einer späteren Folge wieder. Und dann geht es natürlich darum, dass wir draußen die Verteidigung weiter ausbauen und Scrap Metal herstellen und vielleicht schon an das ein oder andere Stahlbetonstück denken. Also würde ich sagen bis zum nächsten Mal. Tschüss.